Schönen guten Abend, liebe Freunde und Freundinnen der Sonne. Heute ist der 4. August 2015, das heißt morgen ist der 5. Und das ist morgen, morgen beginnt die Gamescom, genau Gamescom in Köln. Und ich habe mich schon bereit gemacht. Ja, Handycam ist hier schon voll aufgeladen für schöne Videos. Ich will ja 3 Tage auch ein Video machen. Also Tag 1, Tag 2, Tag 3. Mal gucken, wenn ich morgen so alles sehe am Medientag. Morgen ist ja Mittwoch. Kommen nicht alle rein. Ja, Tasche gepackt, das ist gepackt. Meine Fachbesucherkarte ist auch da. Und ja, ich hoffe, und ich zähle auf euch, vielleicht sehen wir uns ja mal auf der Gamescom. Wir haben ja Mittwoch, Neustag und Freitag da. Irgendeinen Tag kann man sicher über den Weg laufen, oder? Also bis dahin. Ich wünsche euch eine gute Anreise zu Gamescom nach Köln. Und wer Lust hat, kann abends auch mal nach so, ja, nach dem Besuch können wir abends auch gerne mal am Dom ein kleines Bierchen tischen. Oder zwei. Ja? Also bis dahin, ja, in Köln auf der Gamescom. Viel Spaß und eine schöne Nacht. Tschaui. Tschaui. Tschaui.